So, mach mal nochmal, erklär mir mal deine Tricks, wie das geht. So, wie macht man das mit den Händen? Das war ein Trick? Ja. Okay, zeigst du mir deinen nächsten? Wie geht dein anderer Trick? Falsch. Falsch war das? Auf einmal so machen. Gut, das war der zweite? Und welchen soll Mama noch üben? Zeig mal den mit dem Bauch, damit ich den üben kann. Den mit dem Bauch und dem drehen. Haha, süß. Hilf dir, Paul. Paul, wenn du so in den Hüllerhub reingehst und dich drehst, der träg ist schön. Zeigst du mir den? Ja, mach mal. Ich kann einmal hinstellen. Oder drehen und springen. Dann soll ich drehen und springen. Dann los drehen und auf dem Boden springen. Ja, zeigst du mir den mal. Das ist ein lustiger Ich kann noch was machen Und was? Zeigst du mir noch einen Trick? Hängt ihn auf dem Kopf So also Super Mach so, halt mich fest Okay Und dreh mich Und schau, darf ich deshalb nicht wegfliegen Witzig Total gut machst du das Ich kann noch was anderes mit dir machen Zeigst du mir noch mehr Tricks? Einer kann ich Einen kannst du noch, okay Das ist ein Wurf, ne? Und noch zwei Sachen kann ich mit dir machen Kann noch Den Trick kann die Mama nicht Richtig gut gemacht Dankeschön Abwechern